Licht halte ich da auch ein bisschen nach. Mein erstes Zeug. Den haben wir gleich mit. Ich würde schön einsagen. Könnte ich so überwasten. Das liegt hier noch was sinnvolles. Das sieht nicht so aus. Hier ist Zeug. Kann man das inzwischen abbauen? Ja, schön. Oh, weißt du was wir mal machen? Das. Kann man das abbauen? Nee. Geht's nicht weiter. Nee. 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 Ja. aproveche. Ich bin ja noch nie so weit vorgedrungen. Gibt es auch noch nichts zu erhöhen soll ich? Irgendwie vertraue ich da meine Kann das auch machen was ihr wollt Entschuldigung Ich mein hier bisschen verwinkelt zu sein, er weckt sich dahinten aus. Und das ist ja. Da ist bloß ein Flagon, das ist nicht okay. Aber man muss ein bisschen skeptisch bleiben. So, wie viel haben wir jetzt von den Zeug gekriegt? Stimmt, ne. Ich räume ihn da. Er hat schon wieder Hunger. Wie spät ist es? Was zu looten gibt es bis auf das Biddle noch? Ne. Aber das kann man ja nicht machen. Hier ist Zeug. Da ist er. Da ist er. Nehmen wir mit. Besser ist das. Nehmen wir einen damit. Lütbeutel, ja. Da ist er. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Wenn man hier pennen kann. Ich geh tief rein in die Mine. Habe ich schon mal gesagt, dass ich da Mine nicht traue? Ja. Dann muss ich bitte da hin. Ja. 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 Bonds. L Anchor. Bonds. Stimmt. Bonds. Ja. Bonds. 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 Ach, genau, es dauert. Wisst ihr was, dann müssen wir halt unser letztes Essen reinhauen. Weil, muss das noch was? Na mal bitte. Ich glaube, wir gehen erst mal wieder zurück. Oh, dann hörst du dir schon mal vorhin den Barrio, das ist Wahnsinn. Wenn man die Jaggen hier mitnehmen kann. Ich komm auch noch mit. Oh, ob das so klug ist, was ich jetzt so mache. Ich weiß nicht, was das ist. Die haben ja einen riesen Bunker gebaut oder irgendwas. Was ist das? Was ist das? Alter Falter! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, ja, ja. Oh, 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 ja.